Musik Bei dem Projekt handelt es sich um die DAV-Hütte der Sektion Ansbach. Wir haben gemeinsam mit der Firma Gutendorfer die Sanierungsarbeiten übernommen, um die Hütte den neuesten Brandschutzanforderungen anzupassen. Hier bei der Renovierung ist besonders anspruchsvoll, dass wir hier eine extreme Lage haben. Wir befinden uns hier auf 2380 Meter. Wir können hier nicht hinlaufen, wir müssen hier alles mit Hubschrauber anfliegen. Die momentane Wintersituation ist so, dass wir einfach unerreichbar sind. In dem Projekt sind unsere Produkte der Brandschutzserie Lava verbaut. Das heißt, die Türen. Hintergrund ist, dass wir hier eine Brandschutzanforderung haben, auch hier in Tirol. Und diese mit unseren Türen hervorragend erfüllen. Musik Die Zusammenarbeit mit HUC ist sehr gut. Wir haben ein partnerschaftliches Verhältnis und können eigentlich über alles sprechen. Musik